So, jetzt geht man wieder los auf einer weiteren Runde OMSI 2 auf der MEP Ruhrau mit dem Euro 3 Citaro auf der Linie 165 nach Meerscheid. Wir dürfen auch sprechen, wenn ihr einen Faschen haben wollt, sagst du mir die Kiste mal in Bewegung. Wir müssen jetzt auf der MEP Ruhrau mit dem Euro 3 Citaro auf der Linie 165 nach Meerscheid. Bewege dich aus dem Zebrastreiz. Und die erste Rutsampel. Stimmt nicht. Wir müssen jetzt mal am Schlagbaum kommen zu gehen. Danach kommt der Bestling. Wir müssen USB 6 nach Altenburg. Koffer mit einem Asthau. Und weiter geht's. Ganz auf dem Punkt kann ich nicht sagen. Koffer als nächstes kommt die Haltestelle am Schlagbaum. Aaaaaah... Grüner wird's nicht. Vielen Dank. Ja, ich spazier die Herrschaften und Frauschaften. Ja, ich spazier die Herrschaften. Ja, ich spazier die Herrschaften. Ja, aber ich komme mal rum. Ja, ich spazier die Herrschaften. 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 Zitzen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 und weiter geht es ich glaube dass er vielleicht da rein muss Ja. Das gibt kein... Klikschutz. Ganz kenn ich die Strecke doch noch nicht auswendig. Oder 65 oder nicht mehr auswendig. Nein, okay. Okay. Jetzt wäre es doch nicht besser. Das vergleiche ich gleich noch 30 Stunden. Ja. Weiter geht's. komm schon hoch da ist es schon ein alter Bus aber trotzdem Angst 1 2 1 1 2 2 3 4 5 5 5 6 5 6 6 7 7 9 10 12 10 10 11 11 12 12 14 14 15 14 15 15 15 16 16 16 15 16 16 16 16 16 16 17 21 22 16 23 23 24 21 Bei mir ist der Kopfhörer, das schaffe ich noch, aber die grüne Ampel, das schaffe ich noch. Das war ein bisschen... ...zu schnell und zu langsam eingelegt. Oder beides. Zu spät gebremst, vor allem. Ähm, ähm. Die Augen ein bisschen zu schnell in die Kurve. Da ist der Oscar-Weg. Ah, der Hund möchte nicht mit. Later-Weg. ... ... ... ... ... So, jetzt ist die Tür endlich zu. So, jetzt sind die Tür wieder zu. Kommen sie herein. Und weiter geht's. Ja, dann wäre ich jetzt ohne Elfsfall wahrscheinlich geradeaus gefahren. Klar, ich werde einen Anpärschein anbekommen, aber halt schnell ausgelassen. Kommen sie. Kommen sie herein. Ein bisschen schwimmen. So, ich werde jetzt auf jeden Fall ein Kommen. So, ich würde sagen, auf jeden Fall kommen. So, ich habe ihn jetzt nicht zu tun. So, ich habe ihn dadurch, dass ich jetzt nicht mehr so Acquiert bin. So, ich nehme jetzt ein Kuchen. So, ich danke, danke. So, ich möchte, dass es jetzt mal so kommen. So, ich bin dran. So, ich bin dran. So, ich muss, ich danke dir. Ich geb dir das, ich bin dran. oder doch mit umsehen Dankeschön und weiter geht's Wir haben's fast geschafft Ja, rein spaziert, raus spaziert Jetzt kommt noch ein Halbsteller Gleichzeitig die Endstation Ampel Grün Fahr mit am Smart Und zwei Kollegen Noch 4,260 Und 311 Das wird eine mitgenommene Ampel Guck da gar nicht erst hin Das wird eine mitgenommene Ampel Jetzt kommt schon um sie Kurz vor Ziel Dankeschön Das wird eine mitgenommene Ampel 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 Das wird eine mitgenommene Ampel